Meine Damen und Herren, es gibt so viel Ungeklärtes auf dieser Welt. Und damit das so bleibt, dafür haben wir ja die Wissenschaft. Wie war das doch damals noch, als Robert Koch den Tuberkel entdeckte? Ich muss den Tuberkel finden. Ich muss den Tuberkel finden. Hallo, Robi! Ey, Jungs, Robi ist da! Er hat uns entdeckt! Hallo, Robi! Ich bin's! Tobi, das ist der Merkel! Robi, ey! Kommt her, Jungs! Hey, hey, hey! Oh, Robi! Ah! Oh! Ha!